Guten Tag! Hier geht es weiter. Mit weiter Vorkraft. Ähm, ja, wir wollten hier die Quest abgeben. Ach, das war doch hier wieder so blöd. Der stand doch da oben. Da wussten wir ja nicht so genau, wie wir da hochkommen. Das war ja so total blöd. Ich glaube, wir sind letztens hier lang gelaufen. Laufen wir mal hier hoch. Nee, warte mal, wir sind hier raus. Und sind dann einmal so drumherum. Genau. Können wir das danken? Oh, gleich bitte. Dann springen wir mal hier runter. Ach. Und wir machen uns jetzt auf den Weg hier runter, würde ich sagen. Oder hier. Hm, ich weiß nicht. Hier ist vielleicht näher dran. Dann gehen wir erst mal da hin. Da müssen wir lang. Dann gehen wir jetzt auf den richtigen Weg. Ja. Dann können wir ja gleich hier hochlaufen. Oh, ist schon einer tot. Ich hoffe, man hört meine Katzen im Hintergrund nicht. Die sind gerade etwas rollig und miauen hier so rum. Ach, hier waren wir doch schon mal. Oh, die hat ein Hündchen. Oder sowas in der Art. So, wir waren hier letztens bei dem Turm hier, genau. Und wir müssen jetzt aber geradeaus. Ja. Genau. So, ich nehme mal an, hier runter müssen wir. Genau, genau, wo die öffnen muss. Genau, da müssen wir auch noch. So. Hui. Hey du. Äh, Schlangen müssen wir töten und irgendwelche anderen Dinger. Ach, das sind die Dinger. Gut. Das darf ich mal hinbekommen. Ich brauche ein Ziel. Ach, der ist schon tot. Das ging ja schnell. So, das war Nummer zwei. Hier so komische Schlangen brauchen wir auch. So, dann haben wir die Schlange auch. Dann haben wir die Schlange auch. Da war schon wieder kurz das Bild klein. So, dann haben wir die Schlange auch. Welches Level hat der? Elf. Ach komm, wir krallen uns mal. Genau, wir hatten ja so einen neuen Angriff, den wir ja eigentlich mal testen wollten. Es fehlen immer noch einige. Oh, hier können wir was sammeln. Ach, wir haben keine Kräuterkunde. Ach so, die Geister haben wir jetzt eigentlich alle. Dann brauchen wir jetzt nur noch diese komischen Mana-Schlangen. Hier ist doch gleich eine. Da kommt es dann auch noch eine. So, Nummer eins. Nummer zwei. Und hier unten war noch eine. Und die hier. Und da haben wir das auch fertig. Ein Stiefel. So, jetzt müssen wir nämlich mal an, wieder zu dem Mann hier vorne. Genau. So. Juhu, Level 13. Ah, ich weiß. Ist noch nicht allzu viel. Also, ich würde sagen, dann gehen wir erst mal hier hin. Das liegt ja jetzt auch so fast auf dem Weg. Gehen wir mal den Berg hier wieder ein Stück hoch. Genau, dann müssen wir jetzt wieder ein Stück zurücklaufen. Und dann gehen wir erst mal in das Schloss. fast vor dem Zaun gerannt. Äh, was leuchtet hier jetzt auf? Abenteuerbuch. Ach so. Ja, das lassen wir jetzt erst mal. Ich kann das noch nicht wirken. Ich habe kein Ziel. Das haben wir auch. Ich muss näher ran. Das ist zu weit weg. Der Feuerangriff hier ist aber auch nicht schlecht. nicht. Ähm, die steht da einfach mal so rum. So. um ich lasse mädchen in Ruhe kämpfen der schaffte schon genau So, dann laufen wir mal hier quer über die Wiese, wenn wir hier runterkommen. Ein bisschen abkürzen. Hui! Au! Hier war das ja mit den Vogelfiechern. Das konnten wir ja erst ab Stufe 20, das ging ja noch nicht. So. Ach, bis wir uns da jetzt wieder zurechtfinden, da drinnen. Da hat man uns ja schon mal verlaufen. Wir müssen natürlich auch mitten rein, so wie es hier auf der Karte aussieht. Wenn wir im Kreis laufen. Sind hier Händler vielleicht? Nee, schade, sonst hätte man nämlich gleich was verkaufen können. Aber hier kann man die Quest annehmen. Unsere Feinde werden fallen. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Oh, das ist gleich bereit zur Abgabe. Dann muss man nur ein Stück laufen. Okay. Auch nicht schlecht. Also tun wir immer die Finger von den Tassen drücken. Und Pinti? Hier drinnen müsste das sein, oder? Ja. Ach, lasst mich raten. Die ist wieder oben in der Etage. Hier ist niemand. Hä? Die müsste aber eigentlich hier sein. Wir müssen ja hier nur abgeben. Das ist komisch. Von hier sind wir reingekommen. Alter. Von hier sind wir doch nicht gekommen. Sind wir von hier gekommen, oder? Hm. Da hier hinten auch ein Vorhang ist. Und da kommen wir auch irgendwo lang. Ach, da sind wir einmal durchgelaufen. Nee, aber das muss. Das war hier draußen. Oben. Okay, das verstehe ich nicht. Müssen wir mal lesen. Bringt auch einen Gutschein einfach zu Gelbars Gussgatter, der sich innerhalb des Jahrmarktes auffällt. Hm. Und das ist jetzt der Jahrmarkt, oder was? Das müsste ja eigentlich hier sein. Trödelt nicht. Hm. Ah, guck mal. Wir konnten den Sonnentropfen hier bereits. Lebt wohl. Die ewige Sonne wird uns leiten. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Ich kann ja mal hier unser Pustfest machen. Aber ich habe hier keine Ahnung, was es mit der Quest hier auf sich hat. Ich finde den Typ hier nicht. Vielleicht ist es ja der Besoffene, der da rumlag. Hä? Sehen wir mal jetzt die Eins auf der Karte. Hier müssen wir drauf tun. Genau. Hä? Aber wie kommen wir da hin zu dem Jahrmarkt? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Hier hin? Nee. Bereit zur Abgabe. Hm. Ich würde sagen, das brech mal erst mal auf. So, dann gehen wir jetzt erst mal hier wieder raus. Werden wir hier hoffentlich wieder rausfinden. Wir kamen von hier auf jeden Fall. Sind dann hier einmal um die Statue gelaufen. Genau. Und von unten kamen wir. Genau. Von hier, glaube ich. Hier war der Eingang. Wir wollten ja eigentlich gucken, ob hier noch irgendwo ein Händler ist. Vielleicht bei ihr. Wenn wir da was kaufen. Ja, geht. So, halt das. Auch noch. Selama Aschalenore. Bald haben wir unser erstes Gold zusammen. Nicht mehr viel. Genau, und da vorne müssen wir wieder um die Statue drüber kommen. Hier in dem großen Ding hier vorbei. Und hier lang. Und hier in die Torfe. Und schuldet die. So, jetzt müssen wir natürlich den ganzen Weg wieder. Wir könnten natürlich auch ein Stück fliegen. Und der Flüge mal. Hier ein Stück. Hier müsste der sein. Ach, hier. Hier ist er doch. Morgenlift. Mal sehen, ob der da ist. Morgenlift. Genau, da. Ey, was haben wir jetzt überhaupt bezahlt? Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Ja, allzu viel kann es nicht gewesen sein. Denn vorhin hat man 93, glaube ich. Und dann müssen wir noch ein kleines Stückchen laufen. Und das macht ja nischt. Lauf mal wieder hier quer über die Wiese drüber einfach. Ui. Ich habe mich gerade hier. Ich habe mich jetzt schon gewundert, hä? So. Ich frage mich, was wir hier machen müssen. Pufferberg. Jetzt haben wir die Einladung. Ich bin hier draußen. Da könnte man doch irgendwie das Feuerwerk noch benutzen. Wenn wir so eine Einladung haben oder so. Oder war da nicht so was? Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal hier alles leer. Sehe ich nischt. Ach, hier das Essen können wir auch noch mitnehmen. Dann verkaufen. Ach, wir können das Essen gar nicht verkaufen. Stellt Gesundheit her. Okay, schade. Ich habe jetzt das genau verkauft. Dass wir das bei den Klauen und dann verkaufen. Aber nee, das wird nischt. Na gut, die Zeit ist schon wieder rum. Wir machen nächste Folge dann hier drüben. Und auf der Seite weiter. Da waren wir ja auch noch nicht. Und bis dahin. Danke fürs Einschalten. Tschüss. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020